hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute geht es um call of duty mobile ja ich habe schon viele viele werbeeinblendungen gesehen von dem spiel und ja ich bin mal gespannt was es so verspricht ja es wird garantiert auch wieder mit werbung hinterlegt sein und aber die grafik die sah echt klasse aus ich mache mir mal ein foto für meine galerie und dann schauen wir mal wie das so läuft ich bin gespannt und ich hoffe meine zuschauer auch schnell noch entpacken weil das geduld ich hoffe die musik ist nicht so laut laden 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 bitte haben sie geduld please hold the line bitte haben sie geduld oh halloween update das halloween update ist jetzt die call of duty mobile vertreten alle neuen themen inhalte werden im rahmen eines begrenzten events verspricht erhalten sie eine kampfkiste und eine epische waffe karte und politik für verbesserung kostenlose waffen im rahmen des halloween anmelde events erleben sie halloween mit neuen themen neue musik im spiel ms karte stand auf verhält einen grüßigen look verdienen sie die brandneuen sterbe einsatz einsatzleiter fähigkeit zeitlich begrenzte spielmodus stellung brandneuer battle royale chip katapult neuer look für ihre lieblingswaffen objekte und einsatzleiter halloween id sammel ein vent punkte serie molokov cocktail hier ist doch super balance und so weiter sofort leichter produzierter märkopf schaden naja ok benutzung und datenrichtlinien haben wir gelesen jawoll akzeptieren wir gehen erstmal als als gast rein ich ziehe mal 7 zeichnen ok badboy g chock logischerweise sie können ihren avatar in ihrem mhm drohne affe wolf radler maske hie dolle dolle kann mir nicht vertreiben adler hie good wir nehmen den hie ah das sind meine jungs ok schauen wir mal schauen wir mal was ist hier so Lernen Sie schnell, wir brauchen Sie draußen, Kommt herauf, Platorial für grundlegende Steuerung. Links auf den Bildschirm wischen und rechts wischen. Ja. Ich hab ein Messer, folgen Sie das hier, hier kann ich nicht rein, ich hab ein Messer. Ich wollte mir erst mal die Steuerung angucken, nein, da wird mal gleich ins Spiel geschmissen. Oh, ne Hafe. Zack. So. Einfaches Feuer Tutorial. Bewegen Sie das, was ich weiß, um zu feuern, bewegen Sie das. Das ist ja, zum Nachladen. Ja, cool. Automatisch suchen oder was ist das? Mhm. 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 Einstellung. Okay. Das wollte ich doch haben. Schießmorde. Okay. Erweiterung. Erweitertes Feuer Tutorial. Okay. Na, Entschuldigung, wenn keine Munition drin ist. Okay. Mh, wählen Sie Ihren Befug vorzücken, Feuermodus. Okay. Das ist cool. So. Geiler Scheiß. Oh no. Mami. Ah, okay. Einmal anklicken und dann kann ich... oh und oooh haben wir? sehr geil punkte serien mhm ok Okay, tippen sie zweimal für den Boost. Bingo! Sehr geil. Jo, ich denke mal, damit habe ich die Fähigkeit, jetzt zu töten. Oder die Fähigkeit, dabei zu sein. Mit der Lizenz dabei zu sein. Ich schau mal, wie das ist, dass es genauso ist wie ein PlayerUnknown's Battleground. Aber, stopp, merkt man. Ja, so. Herzlichen Glückwunsch zum M4. Wir rüsten sie aus und dann geht's in den Schlag. Nehmen wir uns vor dem Kampf erstmal ihre Ausrüstung vor. Jawohl, so meine ich das. So ein Tutorial ist schon total geil. Also. Waffen und Aufsätze. Vitalism. Fertigkeiten. Vermeere und taktische Ausrüstung im Extras. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Aber es ist schon das. Die Scharfschützen würde ich schon haben. Ausrüstung im Herrspieler. Wir brauchen ihre Hilfe. Ja, wartet doch mal. Ich bin hier gerade beim Lernen. Wartezeit. Hm. Wir brauchen mal gucken, wie meine Überlebenschance ist. Jungs, ich folge euch. Ich folge euch. Ja, jetzt können wir voller. Voller Punkte. Juhu. Äh, machen wir eins. Changing mag! Yes, 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 yes. Reloading! Oh! Reloading! Get on down! Reloading! La 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 Enemy contact! Cover me! Reloading! Na, dann war das ja. Oh! Voller er ist ja tot! Ja, voll ins Flüge vor sich! Oh! Cover me! Reloading! Hosek with enemy! Woo! Park it down! Take it back! Oh! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Go! Und her! Guck mal! Wuhuuu! Geiler Scheiß! Ja, ich hab ja gewonnen. Ich werde dir wieder gewonnen. Ich hab gewonnen. Krass. Fuck das eh. Ich hab ja gewonnen. Nice work. Wie ich war als jeden, war ich besser als die anderen beiden? Cool, Stufe 2. Ich krieg ne Splitt. Ich krieg jetzt verlogen ne Splittigranate. Ich abschliessen von Passaufgaben. Gut gemacht, sie sind auf der Stufe 2 und haben eine neue Belohnung verdient. Die Granate wird frei geschaltet. Ausrüstung und so weiter. Ich krieg sofort. Okay. 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 Ich will aber die verbessern. Okay. Okay. Ich will aber die verbessern. Okay. 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 Jetzt können wir uns das alles mal angucken. Okay. 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 What do we have here? Mario? privileges. so konsparenz ist immer das besicht? keine ahnung machen wir auf 80 und da lassen wir mal 100 bombe legen ach so ich kann jetzt mein inventar anpassen ja ich schieb das alles mal in kleines stück ich schieb das mal in kleines stück rüber wählen meine dicken finger ah ok verstehe verstehe und lege es fixierter joystick grafik grafik hm da wollen wir hoch ja 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 Sprache Deutsch, sehr schön. So, und was war das? Nachrichten, leer, gut. Freundesliste, Freunde. Ja, das sind die Leute, mit denen ich wahrscheinlich gekämpft habe. Das ist ja klar, man muss ja immer verknüpfen, irgendwas verkuppeln. Bonus für einen CP-Kauf. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja klar. Kisten kann man präsentieren. Für die Pro-Gamer. Mhm. 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 Für die Leute, die ist draußen. Das ist ja klar, wirklich. Ja, das ist ja klar. Okay, das ist ja klar. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich tippe da nur drauf was hier leuchtet. Ich tipp doch nur da drauf, was hier leugnet. Bei Sieg-Anzeigen. Ah ja. Gut. Nimmer. Tuy. Mh hm. Komm zu behängen! So, vollzum haben wir noch keinen. Könntest du sagen wir auch nur das eine? Mhm. Du bist meine Spezialeinheit. Mhm. 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 Okay. Pulleys hat nie noch was. Mhm. Mhm. Bestimmt nicht. Okay. Mhm. 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 Keine was reinlegen. Was ist das? Was ist das? Okay. Event. Ich bin. Ich bin. Hey, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Schneeke, schneeke, schneeke. Schneeke, schneeke. Schneeke, schneeke. Schneeke, schneeke. Ausrüstung. So, meine Ausrüstung. Das ist eine Ausrüstung. Das ist eine Ausrüstung. sieht alles sehr geil aus da kann ich mir wahrscheinlich ein Video angucken bis gleich kurze Pause So, nach einer kurzen Videoeinblendung sind wir wieder da Belohnung wurde in ihr Postfach geschickt, Commander Äh, Postfach? Wahrscheinlich hier Belohnung, was haben wir denn? Beanspruchung Eine Kiste Postfach ist leer, toll Und nun, wo ist meine Kiste? Wo ist meine Kiste? Da Da Eine Werbekiste Blau Und Da 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 Um Untertitelung des ZDF, 2020